Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Dialog Erwachsenenbildung. Der Vortrag ist überschrieben. Die stumme und verkannte Misere der freiberuflichen Kursleiterinnen in der Erwachsenenbildung, warum es so schwierig ist, aus einer pädagogischen Tätigkeit einen Beruf zu machen. Hier können Sie die Agenda sehen, die ich dann im Laufe des Vortrags Stück für Stück abarbeiten werde. Die Ausgangslage. In dieser Ausgabe von Dialog Erwachsenenbildung möchte ich den Blick zurückrichten. Mein Interesse gilt den bereits online gestellten Interviews mit frei- und nebenberuflichen Kursleiterinnen. Das damalige Leitmotiv lautete Bildungsqualität unter Corona-Bedingungen. Praktikerinnen der Erwachsenenbildung berichten. Die Corona-Krise mache, so wurde unterstellt, die sowieso schon bestehenden Probleme wie in einem Brennglas noch etwas besser sichtbar. Und gerade dadurch wohne ihr, der Krankheit, trotz aller Probleme auch eine erkenntnismächtige Kraft inne. Ich berufe mich in diesem Vortrag kaum auf Literatur, auch nur ganz selten auf offizielle Statistiken. Mein Beitrag stellt zugleich eine Gegenrede gegenüber jener Position in der verteilungstheoretisch orientierten empirischen Bildungsforschung dar, die nur Aussagen über Realitäten anerkennt, die ausschließlich auf vermeintlich objektiven Indikatoren beruhen. Man kann, so meine feste Überzeugung, die empirisch nachweisbaren, individualistischen Berufskonzepte in der Erwachsenenbildung weder auf der Erscheinungsebene noch im Wesen verstehen, wenn man nicht auch auf methodischer Ebene individuelle Fallprofile in die Betrachtung miteinbezieht. In meiner Präsentation haben sie sogar einen herausragenden Stellenwert. Meine Datengrundlage bilden primär die, in Anführungszeichen, nur acht geführten Kurzinterviews. Der Geltungsanspruch meiner Aussagen betrifft aber das Feld der freiberuflichen Erwachsenenbildung als Ganzes. Wer auf berufliche Erfahrungen gestützte Forschung als anekdotenhaft abtut, unterschlägt eine wichtige Maxime von Wissenschaft im nachmetaphysischen Denken. Rational sind Aussagen, auch wissenschaftliche, vor allem dann, wenn möglichst alle drei Geltungsansprüche bedient werden, nämlich Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit. Für mich als qualitativer Wissenschaftler war diese Krise auch mit dem Abschied von Grundannahmen verbunden, die lange als sicher galten und die ich gleichsam über Bord geworfen habe. Im Gegensatz zu manchen Kolleginnen, die das Berufsbeamtentum der Lehrer auch als heimliche Leitprofession für die außerschulischen pädagogischen Berufe betrachteten, vertrat ich seit jeher die Auffassung, dass ich die Professionalisierung oder besser die Verberuflichung des Lehrpersonals in der Erwachsenenbildung auch an der Erfolgsgeschichte der klassischen Professionen orientieren müsse, aber eben nicht ausschließlich. Zunächst sollte die Erwachsenenbildung bescheiden beginnen und den Status eines normalen akademischen Berufs anstreben. Der Begriff Professionalisierung würde ich daher eher mit der Pinzette anfassen. Worauf gründete die Hoffnung, dass etablierte Formen der Freiberuflichkeit diesen Prozess der Erringung von Beruflichkeit beschleunigen könnte? Zumindest im angelsächsischen Raum waren es schließlich die freiberuflichen Ärztinnen und Rechtsanwältinnen, deren Engagement maßgeblich für die bemerkenswerte Dynamik im berufspolitischen Aufstiegsprojekt verantwortlich waren. Dabei ging es nicht nur um die bloße Erringung von Status oder Ansehen, sondern um Freiberuflichkeit als Treibmittel von kollektiven Prozessen, die eine echte Gemeinwohlorientierung, die Herausbildung einer Berufsethik und eine öffentliche Sichtbarkeit auf den Weg bringen könnten. Die Herausforderungen und Aufgaben, die aus dieser theoretischen Sicht zu meistern gewesen wären, um die Beruflichkeit beim lehrenden Personal in der Erwachsenenbildung zu fördern, waren beachtlich immens. Einige möchte ich hier benennen. Die langsame, aber stetige berufliche Selbstorganisation, eine verstärkte öffentliche Präsenz in den Medien, die kontinuierliche Verwissenschaftlichung mit starker Schlagseite zur Erziehungswissenschaft und die konsequente Verknüpfung von Forschung und Fortbildung. Eine für die Berufskultur günstig ausgehende Verrechtlichung und die Ausweitung der beruflichen Lizenz, Dinge tun zu dürfen, die anderen Berufsgruppen verwehrt bleiben. Die Konsolidierung der eigenen akademischen Fachkultur an den Universitäten und deren Ausdehnung in die Fachhochschulen. Die kluge berufspolitische Nutzung weiterer Pädagogisierungstendenzen, vor allem in der Privatwirtschaft. Und die Herausbildung eines überdurchschnittlichen Leistungsethos. Und eine dialektische Beziehung zwischen den erweiterten Bildungsbedarfen in der deutschen Gesamtbevölkerung insgesamt, dem zunehmenden Ausbau der institutionellen Infrastrukturen und der stetigen Erhöhung der finanziellen Entlohnungschancen. Die allermeisten eben genannten und sicherlich nicht vollständigen Mechanismen haben nicht mal im Ansatz gegriffen. Der Stand der Verberuflichung des lehrenden Personals hinkt bekanntlich hinter der Professionalisierung des disponierend und planerisch tätigen Personals hoffnungslos hinterher. Eine erste Vorstellung, warum das alles nicht so recht funktioniert hat, vermitteln die von uns geführten Interviews. Aber nicht nur die Inhalte der geführten Interviews waren bemerkenswert, sondern auch die Hintergründe für die Teilnahme und und die Nicht-Teilnahme. In den vielen Telefonaten mit freiberuflichen Kursleiterinnen, die ich geführt habe und in denen auch die Vorbehalte gegen Interviews formuliert wurden, wurde mir die teilweise desolate materielle Lage mancher Kolleginnen und Kollegen geschildert. Was mich überrascht hat und bisher noch niemals zuvor, was ich vorher nicht erlebt habe, war die Scham, die manche Gesprächspartnerinnen zum Ausdruck brachten. Scham ist bekanntlich die Selbstzurechnung eines Regelbruchs. Aber welche Regel haben die Betroffenen eigentlich gebrochen? Ohne den hier adressierten Personen zu nahe treten zu wollen, könnte man Scham auch als emotionalen Reflex begreifen, persönlich doch irgendwie verantwortlich zu sein für die desolaten Bedingungen, unter denen man arbeiten muss. Doch für die hinlänglich bekannten Bedingungen sind definitiv nicht die Betroffenen selbst verantwortlich. Aber auch Wut schlug mir entgegen. Wut aufgrund der gefühlten Abhängigkeit vom hauptberuflich tätigen Personal, die in Anführungszeichen ihre Dozentinnen keineswegs immer gut zu behandeln schienen. Auch andere Quellen bestätigen meine Vermutung, dass das Hauptmotiv der Weigerung, ein Interview zu geben, schlicht und einfach Angst war. Angst vor den Folgen, Angst möglicherweise die Aufträge bei bestimmten Trägern zu verlieren. Eine Kursleitervertretung einer großen deutschen Volkshochschule lehnte jede Kooperation mit mir ab, dass sie mir vorwarf, mich auf Kosten des Leids der Kolleginnen öffentlich profilieren zu wollen. Ein pensionierter Professor könne sich, da er zu den Privilegierten in dieser Gesellschaft gehöre, unmöglich in die Lage von frei und nebenberuflich tätigen Kursleitern versetzen. Ganz grundsätzlich ist es das Normalste von der Welt, wenn Wissenschaftler Irrtümer eingestehen und im Falle neuer Erkenntnisse die Bereitschaft zeigen, ihre Einstellungen zu revidieren. Natürlich waren die hier nur angedeuteten Erfahrungen allein noch kein hinreichender Grund von der eben skizzierten recht optimistischen Haltung und den damit verbundenen Hoffnungen in Richtung und Förderung von echter Beruflichkeit Abstand zu nehmen. Schließlich hatte ich schon vor der Pandemie die Position vertreten, dass wissenschaftliche Untersuchungen über den Professionalisierungsbedarf von pädagogischer Arbeit allgemein sich auch mit den strukturellen Grenzen und vor allen Dingen mit den politischen Barrieren der Verberuflichung beschäftigen. So gesehen haben die hier angedeuteten Erfahrungen eigentlich nur etwas bestätigt, was zuvor bereits da war. Weniger die Interviews selbst als vielmehr die Telefongespräche mit jenen, die von einer Teilnahme an den Interviews lieber absehen wollten, haben meine Haltung nachhaltig geprägt. Die Stärkung von Eigeninitiative, die Förderung eines Chorgeistes und letztlich die Herausforderungen eines schlagkräftigen kollektiven Subjekts scheint von Mentalitäts- und Bewusstseinsstrukturen abhängig zu sein, die nur schwer zu beschreiben sind und die in bisher vorliegenden Untersuchungen und vor allen Dingen auch in eigenen Forschungen hoffnungslos vernachlässigt worden sind. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt und ich möchte in diesem Abschnitt einen kurzen Blick auf die Kursleiterinnen-Interviews werfen. Rufen wir uns noch einmal die Interviews aus beiden Staffeln in Erinnerung. Dabei kann ich an dieser Stelle nur bruchstückhaft auf die Gespräche reagieren und kurz erwähnen, was ich im Nachhinein immer noch bemerkenswert finde. Das erste Interview wurde bewusst mit einer Pädagogin geführt, die mit behinderten Menschen arbeitet. Es zeigt, das Thema Inklusion ist mittlerweile auch in der Erwachsenenbildung angekommen. Maria Hauf, so heißt die Gesprächspartnerin, kommt von der Lebenshilfe Frankfurt. Sie rüttelt mit ihren Erzählungen an gewissen Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel an der Unterstellung, dass heute jeder Mensch in unserem Kulturkreis entweder ein Smartphone, ein Tablet oder ein PC sein eigen nennen könne. Genau das kann, so Maria Hauf, bei Menschen mit einfacher oder mehrfacher Behinderung schlicht nicht erwartet werden. Es gäbe zwar Menschen mit Behinderung, die technisch hochgerüstet seien, andere hätten aber überhaupt keinen Zugang zur Digitalisierung. Zudem könnten viele Veranstaltungen, die eine Mobilisierung möglichst vieler Sinne anstreben würden, schlicht gar nicht online stattfinden. Wie soll man eine Kräuterwanderung im Stadtwald oder das Anfühlen einer Birkenrinde im Gegensatz zur Erlenrinde technisch simulieren? Eine zentrale Erkenntnis aus dem Gespräch lautet, während bei Menschen ohne Behinderung unter den Bedingungen von Corona technikgestützter Kommunikation eine Kompensation zur Präsenzlehre darstelle, müsse bei Menschen mit Behinderung genau der umgekehrte Weg gegangen werden. Die Corona-Pandemie habe hier nämlich massiv zur Umstellung von der Gruppenarbeit zur Einzelarbeit, sprich zur Ausdehnung direkter sozialer Kontakte beigetragen, wie etwa durch extrem lange Telefonate. Karsten Hain, der zweite Gesprächspartner, ist im strengen steuerrechtlichen Sinne nicht freiberuflich tätig, sondern als Inhaber einer privaten Sprachschule mit einem Potenzial von ca. 1300 Sprachlehrerinnen, ein selbstständiger Pädagoge und damit ein Unternehmer. Die von ihm geleitete Sprachschule habe er aus der Erfahrung gegründet, dass er, ebenso wie viele andere Sprachlehrer, in den einschlägigen privaten Sprachschulen wie Börlitz extrem schlecht bezahlt worden sei. Er wollte es anders und vor allem besser machen. Mit Bezug auf die Unterscheidung bei Erich Fromm, Haben und Sein, unternahm er den Versuch, sein Unternehmen auf postmateriellen Werten aufzubauen und eben nicht nur als Institution zur Gelderzeugung zu begreifen. Dieses Motiv würden die Sprachlehrer, die bei ihm arbeiten, auch spüren. Nicht zuletzt deswegen, weil sie mehr als auf dem Markt gemeinhin üblich verdienen würden. Die Corona-Krise wird von Carsten Hain als nur ein, wenn auch sehr schmerzhaftes Element in einer viel längeren Kette anderer, krisenhafter Ereignisse dargestellt. Krisen seien für ihn, wie für viele andere Unternehmer, vielmehr ein Anlass zum Lernen, ein Impuls, um eingefahrene Wege zu überdenken und nach Neuen zu suchen. Frau XYZ, das ist die einzige Interviewpartnerin, die anonym bleiben wollte, die auch nicht mit ihrem Gesicht zu erkennen war, weist auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit Herrn Hain auf. Denn auch sie ist selbstständig, hat mit zwei weiteren Frauen seit 16 Jahren einen Bildungsbetrieb gegründet, in diesem Fall ein Familienbegegnungszentrum. Alle drei Frauen betreiben das Unternehmen aber nebenberuflich, weil sie sich im Hauptberuf auf unbefristete Arbeitsverträge in nichtpädagogischen Bereichen stützen können. Der offizielle Status neben beruflicher Tätigkeit bildete den Ausschlag, dass vom Staat keinerlei Hilfs- oder Kompensationsgelder in der Zeit des Lockdowns flossen, sodass die drei Inhaberinnen alle Kosten, auch die Miete, aus eigener Tasche begleichen mussten. Das Ziel der Arbeit, dass Kontakt, Nähe und Bindungen entstehen, konnten unter den Corona-Bedingungen nur bedingt oder gar nicht realisiert werden. Das bedeutet, das pädagogische Ziel der Arbeit musste man im Zuge der Umstellung auf Online-Formate gleichsam selbst verraten. Dieses Ziel lautete, die Kleinkinder und die Vorschulkinder vom Bildschirm wegzubekommen und die Mütter zu einer lebendigen Interaktion mit ihren Kindern zu bewegen. Kerstin Schulz stellt, da sie auf ein Masterstudium in Literaturwissenschaft und Russistik, Nebenfach Erwachsenenbildung sowie auf ein Masterstudium in Deutsch als Fremdsprache blicken kann, eine hochqualifizierte Fachkraft dar. Ihr Beitrag vermittelt viele Detailinformationen, wie das Lehrende Personal in Sprachkursen durch geschickte Praktiken trotz der Aufhebung der Präsenzlehre die hohe Qualität des Unterrichts aufrechterhalten konnte. Das Interview zeigt aber noch mehr. Es bietet ein Beispiel, wie eine hochqualifizierte pädagogische Fachkraft, die in der betrieblichen Bildung bei privaten Bildungsträgern an ausländischen Universitäten gelehrt und gearbeitet hat, trotz eines beruflichen Aufstiegs Frau Schulz ist mittlerweile im International Office einer Hochschule tätig, der Erwachsenenbildung, in diesem Fall der Volkshochschule, treu geblieben ist. Die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit an einer Hochschule hat Kerstin Schmitz nämlich nicht dazu bewogen, ihre Arbeit an der Volkshochschule gänzlich zu beenden. Die Art, wie Anke Mühling ihre erste Aussage »Ich bin Künstlerin und ich bin auch Lehrerin in meinem Atelier« ausspricht, lässt keinen Zweifel aufkommen, welches berufliche Bild sie von sich selbst hat. Während für manche Personen die Freiberuflichkeit eine Art berufsbiografische Notlösung ist, scheint das von ihr vertretene Konzept zwischen der Lehrtätigkeit im Kunstatelier eigener künstlerischer Praxis und den Kursen in einer Einrichtung der Volkshochschule hin und her zu pendeln, gleichsam wie geschaffen zu sein. Es passt ihr persönlich wie angegossen. Der Lockdown, die Schließung des Kursbetriebs und die, wie sie sagt, »Anfang, Tränen in den Augen der Teilnehmer«, haben Frau Mühling zu einer konsequenten Umstellung ihres Angebots motiviert. Zunächst habe sie mit ihren Teilnehmerinnen per Mail kommuniziert, um nach und nach immer mehr die VHS-Cloud einzusetzen. »Diese Umstellung hat sie zwar keineswegs freiwillig überzogen, vielmehr hat sie auf eine ganz elementare Beobachtung damit reagiert.« »Es geht darum, diese Leute in der angstbesetzten Krise weiter zu begleiten.« Sie also nicht allein zu lassen. Sie gehört zu jenen Personen, die mit der routinisierten Nutzung des Internets immer mehr die Vorteile dieses Mediums für sich entdecken konnten. Das fast schon verschüttete und sehr tief sitzende Ursprungsmotiv ihres Wirkens, das war ein humanitärer und politischer Impuls, trat verblüffenderweise ausgerechnet im Moment der Pandemie wieder explizit in den Vordergrund. Sigrid Münzberg hatte den Mut, im Interview vor laufender Kamera von den negativen gesundheitlichen Folgen der Pandemie zu berichten. Sie hat sehr konkret beschrieben, was die Leidensprozesse im Zusammenhang mit der Pandemie mit ihrem Körper gemacht hat. Auf eine unnachahmliche Weise gelingt es der ausgebildeten Schneiderin und Designerin, das Interesse an der Mode, den kunsthandwerklichen Umgang mit Stoffen, mit den großen Fragen der Ökologie, der Gesundheit, ja sogar mit der Utopie eines guten Lebens zu verbinden. Ohne dass ihr dies möglicherweise bewusst ist, leistet sie mit ihrer kreativen Arbeit einen beachtlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der politisch-ästhetischen Bildung und des exemplarischen Lernens. Dabei ist sie keineswegs auf die Erwachsenenbildung angewiesen, denn sie ist auch an vielen anderen Orten und sozialen Schauplätzen, etwa auf Messen oder auf großen Events, präsent. Ines Wilhelm, die ihr ursprüngliches Geschäftsmodell als Übersetzerin und Dolmetscherin durch ihre Tätigkeit an einer Vielzahl von Bildungsträgern beträchtlich erweitern konnte, berichtet, wie sie unter Corona-Bedingungen die von ihr bevorzugte Alltagsorientierung, also das bedeutet Besuche von Geschäften, Begehung von Bibliotheken und auch Museumsbesuche, nicht mehr umsetzen konnte. Auch Übungen auf dem Gebiet der Phonetik und der Intonation waren mit Maske schier unmöglich. Dennoch hat sie die Büchse nicht ins Korn geschmissen und vielmehr nach kreativen Wegen gesucht, auch unter den widrigen Bedingungen ihren Teilnehmerinnen ein optimales Bildungsangebot zu unterbreiten. Ihr Interview liefert ein ungemein detailliertes Bild, wie Kursleiterinnen unter den Bedingungen der Corona-Krise mit ihrer mikrodidaktischen Kreativität und Improvisationsgabe die Malaise der Krankheit kompensieren konnten. Der nächste Interviewpartner, Ulf Schiefer, hat sogar zweimal im Rahmen von Dialog Erwachsenenbildung teilgenommen. Einmal in einem Gruppeninterview und das zweite Mal vor Ort im Studio der Fernuniversität Hagen. Dieser Aufwand erschien uns geboten, weil er aus meiner Sicht teilweise von so skandalösen Sachverhalten zu berichten wusste, die unter Marketing- und Qualitätskriterien eigentlich eigene Nachforschungen von Verbands- und Einrichtungsseite notwendig gemacht hätten. Genau das ist aber meines Wissens nicht geschehen. Ulf Schiefer hat in einer Berechnung nachgewiesen, dass lange vor der Ukraine-Krise die faktischen Honorar-Erhöhungen an Volkshochschulen hoffnungslos hinter den durch die Inflation eigentlich gebotenen Erhöhungen hinterherhinkt. Gerade die detaillierten Schilderungen von Ulf Schiefer sollten all die nachdenklich stimmen, die möglicherweise mit der Haltung, das sind ja alles nur anekdotische Schilderungen, die hier angedeutete Misere abzutun versuchen. Hier berichtet nämlich eine Person, die über jahrzehntelange Erfahrungen zurückblicken kann. Jahrzehntelange Erfahrungen. Würde man nach einem maximalen Kontrast zu allen anderen Praktikerinnen suchen, dann wäre man bei Hendrik Peters wohl an der richtigen Adresse. Hendrik Peters ist ein junger, freiberuflicher Dozent mit eigenen Unternehmen, wobei er vor allem Techniken des agilen Arbeitens vermittelt. Seine Kunden kommen aus der Privatwirtschaft und lehrreich ist dieses Interview unter anderem deswegen, weil es zeigt, welche Strategien ein selbstständiger Pädagoge genutzt hat, um aus dem tiefen Tal der Corona-Pandemie zu gelangen. Letztlich war die pädagogische Freiberuflichkeit für Peters ein Feld der Bewährung. Denn die von ihm an den Tag gelegte pädagogische Qualität bot einem internationalen Unternehmen ein Motiv, ihn gleichsam von der Volkshochschule abzuwerben und ihm eine Stelle in Barcelona anzubieten. Diese hat er dann schließlich auch angetreten. Silvia Poll, eine Spanisch-Kursleiterin, stellt in ihren Einleistungen sehr anschaulich das durch und durch ambivalente Verhältnis der Kursleiterinnen gegenüber der Volkshochschule dar. Einerseits sind sie hochgradig mit der demokratischen Grundidee der aufklärerischen Tradition der Volkshochschule als Institution verbunden. Andererseits werden sie immer wieder aufs Neue von der Volkshochschule als Organisation enttäuscht. So habe der neue Direktor der Hamburger Volkshochschule in einer Presseerklärung anlässlich eines Jubiläums zwar die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen erwähnt und alle möglichen Daten, Zahlen und Fakten aufgezählt, die ca. 1.700 Kursleiterinnen aber schlicht vergessen. Ein anderes Beispiel, mit dem Frau Poll ihren Kernvorwurf einer mangelnden Wertschätzung und eines fehlenden Respekts der Organisation gegenüber den Kursleiterinnen belegt, hängt mit der Pandemie zusammen. Die nicht ganz unwichtige Information auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, dass die Kurse nicht stattfinden dürfen, haben eine Vielzahl der Hamburger Kursleiterinnen nicht von der Verwaltung der Volkshochschule erfahren, sondern sie wurden von ihren Teilnehmerinnen über den Kursausfall in Kenntnis gesetzt. Als Mitglied der Kursleitervertretung habe sie und ihre Kolleginnen gegenüber der Leitung der Einrichtung immer wieder auf die Wunde des fehlenden Respekts hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht. Soweit die kurze Rekapitulation der Kursleiterinneninterviews. Ich komme jetzt zum dritten Punkt und hier versuche ich eine Beschreibung zu liefern, also eine Beschreibung einiger ausgewählter Barrieren, also die Faktoren zu benennen, die einer Professionalisierung des freiberuflich lehrenden Personals entgegenstehen. Wenden wir uns nun einer tieferen Problemdiagnose zu. Um die Hürden einer Verberuflichung zu erkennen, erscheint es wichtig, die Rolle der nachwachsenden Generation, die Sicht des hauptberuflichen Personals und die Perspektive der Träger sowie der Bildungspolitik getrennt voneinander zu behandeln. Die Leitfrage lautet, welche Barrieren stehen einer nachhaltigen Verberuflichung entgegen, des freiberuflichen Personals im Wege und verhindern die ersten sichtbaren Schritte? Als erste Unterkategorie oder als ersten Erklärungsversuch wähle ich sozusagen die Überschrift die Wahrnehmung der Berufswelt der freiberuflichen Erwachsenenbildung durch die Studierenden eine Ansammlung von Singularitäten. Was meine ich damit? Und das würde ich jetzt erläutern. Um die Sicht der nachwachsenden Generation der Erwachsenenpädagoginnen und damit den Standpunkt potenzieller Freiberufler verstehen zu können, erscheint ein Blick in den Alltagsbetrieb des Studiums angebracht. Dabei kann es weniger um die Rekonstruktion flüchtiger Einstellungen, sondern um die Erfassung stabiler Deutungsmuster gehen. Vor einigen Monaten habe ich eine zweitägige Veranstaltung im Rahmen des berufsbegleiteten Studiengangs Erwachsenenbildung an der Universität Magdeburg abgehalten. Dort hat eine Studentin die Aufgabe übernommen, sich zwei Kursleiterinterviews aus der Sammlung Dialog Erwachsenenbildung auszuwählen. Sie sollte nach der an dieser Stelle auch diskutierten Frage nachgehen, was die Gründe für die zögernde Professionalisierung des lehrenden Personals sind. Der erste ausgewählte Fall handelte von jener Person, die wir eben kurz vorgestellt haben, die lieber anonym bleiben wollte und die gemeinsam mit zwei weiteren Frauen eine Familienbildungsstätte aufgebaut hat. Als zweite Kursleiterin hat die Magdeburger Studentin Anke Mühling, die ebenfalls eben kurz vorgestellt wurde, porträtiert. Frau Mühling stand, wie gesagt, zunächst sehr reserviert den Onlineformaten gegenüber, hat dann aber mehr und mehr die Vorteile des Distance Learnings für sich entdeckt. In dem Referat wurde deutlich, dass beide Kursleiterinnen drastische Einschnitte aufgrund der Corona-Pandemie hinnehmen mussten. Während sich die eine beim Thema der Digitalisierung sehr technikaffin erweist, legt die andere eine massive Ablehnung gegenüber den neuen Kommunikationsformaten an den Tag. Aber dennoch, trotz vieler Differenzen, weisen die beiden Personen eine zentrale Gemeinsamkeit auf. Sowohl die in der Familienbildung Tätige als auch die Künstlerin wurden zunächst als Freiberuflerinnen angesprochen, sind faktisch aber nebenberuflich tätig. Denn bei genauerem Hinsehen erscheint nur die Bezeichnung nebenberuflich angemessen, weil beide sich in ihrer beruflichen Identität ganz offensichtlich keineswegs primär als Pädagoginnen definieren und neben dem beruflichen Spielbein der Nebenberuflichkeit ein Standbein der Hauptberuflichkeit haben. Als Pointe ihres Vortrags wies die studentische Referentin schließlich darauf hin, dass die beiden Kursleiterinnen ihrer Meinung das Bild zweier froher und gefestigter Persönlichkeiten hinterließen. Oder anders ausgedrückt, die beiden Kursleiterinnen würden nicht jenen Leidensdruck an den Tag legen, den man bei Menschen erwarten könnte, die über viele Monate hinweg Verdienstausfälle oder notorisch schlechte Arbeitsbedingungen hinnehmen mussten. Damit kein falscher Eindruck entsteht, in der Sammlung von Kursleiterinnen kamen, wie soeben gezeigt, sehr wohl Menschen zu Wort, die mit eklatanten finanziellen Engpässen zu kämpfen hatten und regelrecht unter dem materiellen Prekariat leiden mussten. Für die Masterstudenten waren diese Beispiele jedoch offensichtlich weit weniger interessant als jene Fälle, die einen überraschend fröhlichen und aufgeräumten Eindruck vermittelten. Die übrigen Seminarteilnehmenden reagierten überrascht auf die Information der Referentin, dass das lehrende Personal in der Weiterbildung aus mehreren hunderttausend Menschen besteht und deren soziodemografische Merkmale eine sehr große Variationsbreite aufweist. Obwohl die Masterstudentin dies selbst wahrscheinlich nicht beabsichtigt hat, lenkt ihr Vortrag die Aufmerksamkeit doch auf ein Grundproblem. Wie können Personen einer Klasse von Menschen zugeordnet werden, nämlich der Kategorie der freiberuflich tätigen Pädagogen, wenn die gleichen Individuen dieses Etikett gar nicht als berufspolitisch relevant und erst recht nicht als verlässliches Merkmal einer real existierenden Gemeinschaft betrachten? Eine solche Zuordnung mag aus der Sicht von Weiterbildungseinrichtungen oder der Wissenschaft vielleicht legitim erscheinen. Problematisch wird es aber dann, wenn mit der Zuordnung gleichzeitig auch überzogene berufspolitische Erwartungen verbunden sind. So war es keineswegs überraschend, dass die Magdeburger Studentinnen die beiden porträtierten Kursleiterinnen keineswegs als personalisierte Antizipation der eigenen berufsbiografischen Zukunft begriffen haben. Die in dem Referat vermittelte Berufsfeld der Freiberuflerinnen bildete, bis auf die Ausnahme von zwei Teilnehmerinnen, weder den augenblicklichen Erfahrungshorizont des Seminarpublikums noch ein denkbares Szenario in der Zukunft ab. Die Erklärung liegt auf der Hand. Zum einen setzt das Gros der Studierenden ihre Hoffnung auf eine Festanstellung und zum anderen verbinden die meisten Teilnehmerinnen mit dem kollektiven Prozess der Professionalisierung der Erwachsenenbildung kaum eigene Interessen. Vielmehr nutzen sie das Studium sowohl als individuellen Qualifizierungsschritt als auch dazu, den angestammten, den eigenen Berufszweig, also etwa das Hebammenwesen oder andere Bereiche des Gesundheitssystems oder die Erzieherinnenausbildung, gesellschaftlich aufzuwerten und zu professionalisieren. Die Weiterbildung fungiert in diesem Zusammenhängen als Medium der Verberuflichung und Verwissenschaftlung für ganz andere Berufszweige, ohne dass die wissenschaftliche Subdisziplin und die Berufskultur der Erwachsenenbildung von dieser Dynamik der Aufwertung anderer Berufe selbst profitieren würden. Weil die Studierenden in ihren beruflichen Selbstdefinitionen sich nach wie vor über ihren Herkunftsberuf definieren, haben sie mit der Verwissenschaftlichung und Verrechtlichung der Erwachsenenbildung wenig im Sinn. Diese steht nur so weit im Fokus ihrer Verberuflichung, wenn sie einen Beitrag des Reputationsgewinns des eigenen Berufsumfeldes dient. Ebenso wie bei den meisten Interjuden freiberuflichen Kursleiterinnen bei Dialog Erwachsenenbildung fungierten auch bei den Studierenden die Erwachsenenbildung, wenn überhaupt, nur als Merkmal einer beruflichen Sekundäridentität. Die Indifferenz, also die Gleichgültigkeit und die Abwehr gegenüber einer Zuordnung zum Kollektiv der Freiberufler und die dominante Haltung der Studierenden, dass es sich bei den Betroffenen um ein Sammelsurium an Einzelschicksalen handelt, bilden zwei Seiten einer Medaille. Das von Ulrich Beck und Andreas Reckwitz so treffend beschriebene allgemeine Phänomen der Individualisierung bzw. der Singularisierung wird bei den freiberuflichen Erwachsenenbildnerinnen gleichsam getoppt, sprich auf die Spitze getrieben. Doch wie bauen die Studierenden die Beobachtung unterschiedlich erfolgreicher Berufsverläufe in ihren Deutungshorizont ein? Eine Einladung zu einer engagierten Beschäftigung mit diesen Einzelschicksalen boten die Interviews nach meinem Eindruck kaum. Statt die im Seminar präsentierten Einzelfälle als Prototypen zu begreifen, mit denen man sich je nach persönlicher Fasson entweder identifizieren oder die man auch als abschreckende Beispiele wahrnehmen kann, scheint den Studierenden, um es metaphorisch auszudrücken, ein schwer überschaubarer Kosmos einzelner Kometen entgegengetreten zu sein. Diese sind allesamt nicht nur in anderen Umlaufbahnen, sondern auch in verschiedenen Galaxien unterwegs, sprich in der Gesundheitsbildung, der beruflichen Bildung, der kulturellen Bildung usw. Dieses Bild aus der Astronomie ist angemessen, bildet doch jeder freiberufliche Akteur in der Tat ein Unikat, ein je eigenes berufsbiografisches Projekt ohne nennenswerte Verbindung zu den anderen. Jede Dozentin, jede Kursleiterin, jede Lehrpersonal unterhält in Anlehnung an Ulrich Beck als Institution ein eigenes Planungsbüro für die Vermittlung von kulturell bedeutsamem Wissen. Freiberuflerinnen agieren primär im eigenen Interesse und zwar unter den marktischen Bedingungen einer Freisetzung. Diese Art der Freisetzung verhält sich als Freiheit von, genau gegenteilig zur positiven Besetzung Variante einer Freiheit zu. Die Variante einer Freiheit von ist durch die Abwesenheit von sozialer Absicherung und einem Mangel an materiellem Wohlstand geprägt. Von dem teils positiv, teils romantisch verklärten Anschein bürgerlicher Autonomie hat das wenig zu tun. Diese Freiheit von geht ganz im Sinne der marktischen Figur der Freisetzung mit einer doppelten Trennung einher. Einmal die Absonderung von der Solidarität der Kolleginnen und das andere Mal die Scheidung von den Segnungen des Wohlfahrtsstaates. Dieses Merkmal nehmen die Novizen des Berufsfeldes, also die Studierenden der BA und Masterstudiengänge eher zum Anlass, irritiert zu reagieren und die sich hier darbietende Diversität weniger als berufsbiografische Chance zu begreifen. Zugleich registrieren die Studierenden sehr genau, dass es kaum positive Beispiele oder gar Vorbilder im großen Kosmos der Freiberufler gibt. Ich meine damit geachtete Vertreter ihrer Zunft, die aufgrund ihrer beachtlichen Leistungen auch über die Grenzen des Berufsfeldes einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind. Diese mag es vielleicht geben, aber sie schmücken sich nicht mit dem Attribut Erwachsenenbildner. In einer Gruppendiskussion im Rahmen eines Forschungsprojektes in Hagen bezeichnet eine Fachbereichsleiterin einer VHS, die Kursleiterin als, Zitat, bunter Haufen. So zynisch und despektierlich diese Bezeichnung von außen betrachtet auch immer sein mag, so deutlich wirft sie ein Schlaglicht darauf, dass die Herausbildung eines Wir-Gefühls hochgradig unwahrscheinlich ist. Wenn es aber schon an der Herausbildung eines Zusammengehörigkeitsgefühls hapert und die Betroffenen sich keiner sozialen Einheit zugehörig fühlen, wie schwierig muss es dann erst sein, eine Gruppierung, die aus der Binnensicht gar keine ist, als solche zu organisieren und zu einem kollektiven Subjekt heranreifen zu lassen. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Passivität der hauptberuflich-pädagogischen Mitarbeiter, der Preis von sozialem Aufstieg und die Indifferenz bzw. die Gleichgültigkeit der Bildungspolitik. Wenden wir uns dem nächsten Faktor zu, der eine zielgerichtete und nachhaltige Verberuflichung des lehrenden Personals blockiert. Wenn ich meine Berufserfahrungen, angefangen von meiner Zeit als freiberuflicher Kursleiter an der Volkshochschule Kassel, als Mitarbeiter der pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und einer 20-jährigen Zeit-Tätigkeit als Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt Revue passieren lassen würde, so läge folgende Einsicht, ich würde sagen der folgende Verdacht nahe. Nach meiner Einschätzung können die freiberuflichen Erwachsenenbildnerinnen aus einer kühlen, systemischen Sicht kaum mit einer Verbundenheit oder gar einer berufspolitischen Unterstützung seitens der hauptberuflich tätigen Mitarbeiterinnen, den Fachbereichsleiterinnen, den disponierenden und planerisch tätigen Bildungsmanagern rechnen, obwohl so manche stille Hoffnung und Erwartung genau in diese Richtung weist. Bei den seltenen Protestaktionen von frei und nebenberuflichen Dozentinnen sind die hauptberuflichen Kräfte mit einer Hand zu zählen. Dabei gilt es in Rechnung zu stellen, dass zumindest ein Teil der HPM, also der hauptberuflich-pädagogischen Mitarbeiterinnen, selbst früher Kursleiter waren. Wenn deren Berufsverlauf weniger günstig verlaufen wäre, hätte auch aus dieser Gruppe der heute arrivierten sehr leicht freiberufliche Kursleiterinnen werden können. Aus der Sicht der Berufssoziologie stellen Fachbereichsleiterinnen, sofern sie früher selbst Kursleiterinnen waren, soziale Aufsteiger dar. Diese arbeiten tagtäglich mit Personen zusammen, die sie kontinuierlich an die eigene längst überwundene Vergangenheit erinnern. Damit wir uns richtig verstehen, in der Tat gibt es viele hauptberuflich tätige Mitarbeiterinnen, die ausgesprochen viel für ihre Dozenten tun. Sie behandeln diese mit Takt, Gefühl und Anstand und versuchen das Beste für ihre Dozentinnen herauszuholen. Das ändert aber nichts an dem Tatbestand, dass ihre aktiv sorgende Beziehung am Ende des Tages keine berufspolitischen Effekte hat. Die verstehende und fürsorgliche Haltung zahlt sich in den Arenen der Professionalisierung und des berufspolitischen Ringens um Geld und Macht nicht aus. Der statusbedingten Fremdheit in der Organisation steht eine berufsbiografische bedingte Vertrautheit gegenüber. Die hier angedeutete Ambivalenz wird manchmal dadurch gesteigert, dass die Kursleiterinnen, was die fachlichen Kompetenzen angeht, nicht selten einen Qualifikationsvorsprung gegenüber den viel besser bezahlten, hauptberuflich tätig pädagogischen Mitarbeitern haben. Welcher Kursleiter, der als promovierter Musikhistoriker in die Anfänge der modernen Oper in der Zeit von Monteverdi Veranstaltungen anbietet, will sich von einem Laien, einem ausgebildeten Pädagogen etwas sagen lassen. Was die mikrodidaktischen Befähigungen angeht, so verfügen viele HPMs zwar über viele bildungs- und lerntheoretischen Kenntnisse sowie bildungspolitisches Hintergrundwissen, sie stehen dem alltäglichen Kurs- und Unterrichtsgeschehen durch die Priorisierung der disponierenden managementbezogenen Schwerpunkte aber eher fern. Das ist der Grund, warum sie im fachlichen Austausch mit den von ihnen betreuten Kursleiterinnen nicht selten Schwierigkeiten haben, ihre spezifische Expertise in personelle Autorität umzumünzen. All die hier untergründig und offen wirkenden Differenzen und Dissonanzen lassen die Formierung gemeinsam geteilter Interessen und deren Vertretung als unwahrscheinlich erscheinen. Auch die Gewerkschaften sind offenbar nicht in der Lage, eine Brücke wechselseitig geteilter Interessen zwischen den makrodidaktisch tätigen hauptberuflich-pädagogischen Mitarbeitern und den mikrodidaktisch aktiven Kursleiterinnen zu schlagen. Ich wiederhole nochmals das strukturell-systemische Argument. In allerletzter Konsequenz agieren die hauptberuflich tätigen Mitarbeiterinnen als Repräsentanten der Organisation und nicht als Bündnispartner des lehrenden Personals. Sie sind im Auftrag der Träger und der lokalen Einrichtungen tätig und von denen erhalten sie ihren monatlichen Gehaltscheck. Die Organisation ist primär daran interessiert, eine Auswahl von möglichst kompetenten Dozentinnen zu haben, die nicht allzu teuer sind, sodass sie ein möglichst breites Spektrum in der Programmgestaltung abdecken können. Beim Blick auf die Verbände und die großen bildungspolitischen Akteure darf man sich nicht von den Selbstbeschreibungen in den Sonntagsräten täuschen lassen. Ja, ja, ich denke schon, dass es hier eine leichte Tendenz zur Heuchelei gibt. Unter tarifpolitischen Gesichtspunkten haben sie objektiv ein Interesse an billiger Arbeit. Unter Reputations- und Imageaspekten mag ihnen die Stundensätze selbst ein Dorn im Auge sein. Aber die Existenz der Organisation hängt eben nicht von ihrem Image, sondern von den fixen Personalkosten ab. Von daher dürfte die These nicht ganz falsch sein, dass die großen Träger und die großen politischen Parteien in Bezug auf ihre eigentlichen Interessen Grodils Tränen verdießen. Die Verbände, angefangen vom Deutschen Volkshochschulverband über die katholischen Einrichtungen, die evangelischen Einrichtungen und wie sie alle heißen mögen, agieren auf der Vorderbühne empathisch und zeigen eine Rhetorik der Anteilnahme. In Wirklichkeit beschränken sie sich aus meiner Sicht nur auf eine abstrakte Solidarität. Denn faktisch tun sie nach meinem Wissen nichts, rein gar nichts, um die desolate Lage der Kursleiterinnen zu verändern. Unter ökonomischen Gesichtspunkten, und das ist der Fokus, der in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, profitieren die Institutionen massiv von den notorisch niedrigen Honoraren. Keineswegs hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen hat mir eine Bildungspolitikerin und frühere Leiterin einer großen Bildungseinrichtung Folgendes gesagt. Seien wir doch ehrlich, Herr Nittel, wären Sie nicht auch sofort bereit, wenn Sie nur richtig für ein Thema brennen, einen Volkshochschulkurs auch ohne Honorar zu bestreiten? Hinter dieser Aussage versteckt sich das Deutungsmuster, dass ein Teil der Dozenten und Kursleiter ihre Vermittlungstätigkeit zum Zwecke der Selbstverwirklichung und weniger zum Broterwerb verrichten. Die geringen Honorare also letztlich moralisch gerechtfertigt sind und es sogar intrinsisch veranlagte Personen geben würde, die umsonst eine Dozententätigkeit ausführen würden. Das ist nur ein unterschwellig virulentes, aber durchaus orientierungsmächtiges Deutungsmuster unter Bildungspolitikern. Ich komme jetzt zum vierten, vorletzten Punkt meines Vortrags und hier beschäftige ich mich weiter noch detaillierter mit den strukturellen Begrenzungen auf dem Weg zu einem in Anführungszeichen normalen pädagogischen Beruf. Im letzten Abschnitt dieses Vortrags soll die mit der Überschrift verbundene Kernbotschaft unter dem Eindruck des Gesagten noch einmal zugespitzt werden. Zugleich soll die pessimistische Lesart wiederholt werden, dass die Begründung für die begrenzte Professionalisierungsfähigkeit um ein Vielfaches leichter fällt als der Nachweis von Erfolgen im immerhin jahrzehntelangen Bestreben einer ambitionierten Verberuflichung. Die fehlende soziale Kohäsion, also der fehlende soziale Zusammenhalt und der Mangel an Wir-Gefühl in der Gruppe der Freiberufler, hat einen sozialstrukturellen Resonanzboten. So kann man die ungeheure Breite der Individualität der frei- und nebenberuflichen Kursleitern sehr gut daran ablesen, dass die Theorie der Dreiklassengesellschaft von Andreas Reckwitz zumindest mit Blick auf zwei Klassen mit einigen wenigen Abstrichen durchaus auf die soziale Welt der erwachsenenpädagogischen Berufskultur angewendet werden kann. Das ist soziologisch eigentlich ein Unding. Das darf es eigentlich nicht geben. Da gibt es eine Personengruppe, die zwar nicht eindeutig zwei Klassen angehört, deren Merkmal aber mit dem Profil der beiden Großgruppen zum Teil sehr wohl vereinbar sind. Wie kann man diese These begründen? Die empirische Studie über freiberufliche Erwachsenenpädagogen in Hessen von Christel Lenk hat ergeben, dass ein kleiner Teil, nämlich circa sieben Prozent, sehr wohl recht gutes Geld verdient, nämlich ein monatliches Nettogehalt von circa 5000 Euro netto. Der weitaus größte Teil verdient aber deutlich weniger. Immerhin müssen ca. 45 Prozent der freiberuflich tätigen Erwachsenenbildner mit unter 1.000 Euro im Monat auskommen. Die hier zunächst in den Blick genommenen Spitzenverdiener als sehr kleines Freiberuflersegment gehört, wenn man sich auf Reckwitz bezieht, zur sogenannten neuen Mittelklasse. Bei der neuen Mittelklasse handelt es sich um erfolgreiche Akademiker, die sich am urbanen Kosmopolitismus orientieren und viel kulturelles Kapital mit hohen informellen Kompetenzen verknüpfen. Sie gehören zur Gruppe der kulturell, ökonomisch und politisch einflussreichsten Gruppe in der spätmodernen Gesellschaft. Sie ist die Klasse der Hochqualifizierten, das heißt derjenigen, die in der Regel über einen Hochschulabschluss verfügen und in der Wissensökonomie im weitesten Sinne beschäftigt sind. Diese Gruppe ist stark international ausgerichtet, gehört stilsicheren sozialen Milieus an, artikuliert ein breites kulturelles Interesse und verbindet Kreativität und Innovationsfähigkeit mit Unternehmertum. Sie zählen zu den Gewinnern einer singularisierten Gesellschaft und die hier adressierten pädagogischen Praktiker sind in der betrieblichen Weiterbildung und im Führungskräfte-Schulungsbereich aktiv. Sie tummeln sich auf dem Gebiet der Organisationsberatung, wenden das volle Spektrum an erwachsenenpädagogischen Technologien an, betreiben faktisch Weiterbildung, aber achten peinlich darauf, nicht als Pädagogen bezeichnet zu werden. Sie betreiben Coaching für ausgewählte Zielgruppen und verfügen teilweise über exklusives Wissen, das sie teuer zu verkaufen verstehen. In diese Rubrik fallen Erziehungswissenschaftler in der Privatwirtschaft ebenso wie andere akademische Fachkulturen, die faktisch Weiterbildung betreiben. Aber wie gesagt, aber wie gesagt, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil. In der Studie von Christel Lenk macht diese Gruppe, ich wiederhole es, nur circa sieben Prozent aus. Die Masse muss mit deutlich weniger Geld auskommen. Die große Mehrheit, Herr Freiberufler, verkörpern ein hybrides, ein durch und durch ambivalentes Profil. Während einige Merkmale sie mit der neuen Mittelklasse verbindet, weisen andere Attribute sie als Angehörige der prekären Klasse aus. Das ist die dritte Klasse. Vom kulturellen Kapital oder Lebensführung aus betrachtet gehören sie tendenziell eher zur neuen Mittelklasse. Das heißt, die Akteure legen viel Wert auf einen individualisierten ökologischen und gesunden Lebensstil, streben nach Lebensqualität, sind geistig und räumlich flexibel, verfügen über emotionale Kompetenz und nicht zuletzt über emanzipatorisches und kritisches Bewusstsein. Ihnen droht aber permanent, was ihre materielle Situation und das ökonomische Kapital angeht, der dramatische Absturz in die prekäre Klasse. Die objektive Nähe zum Prekariat existiert, weil es sich um eine Klasse, Zitat, um eine Klasse mit strukturell unsicheren Lebensbedingungen, Zitat Ende, handelt. Es herrscht ein fortwährender Zugzwang des sich durchbeißens, des sich durchwurschtelts. Man befindet sich in defensiven Dauerzustand, weil die Gefahr der sozialen Deklassierung permanent abgewendet werden muss. Ein gutes Leben ist nur aufrechtzuerhalten, weil man einen gut verdienten Partner, starke finanzielle Unterstützung durch die Familie oder Rücklagen oder Rücklagen hat. Zitat, die neue Unterklasse ist also nicht nur materiell unten angesiedelt, sondern auch kulturell entwertet. Auch dies trifft auf unsere Gruppe zu. Man vermittelt, aber erzeugt eben nicht kulturell wertvolles Wissen und das eben auch nur für wenig Geld. Um es nochmal zuzuspitzen, von ihrem ästhetisch habituellen Lebensspiel und der soziokulturellen Orientierung gehört die Masse, die Masse der Freiberufler zur neuen Mittelklasse. Aber von ihrer Lebenslage und vom ökonomischen Kapital bewegen sie sich in der Nähe des Prekariats. Und genau das macht es schwer, diese Gruppe präzise zu beschreiben und ihre Lebenssituation genau zu fassen. Hinzu kommt, dass sich viele Akteure selbst gar nicht unter jenen sozialen Kategorien subsumieren lassen, welche die Organisation und die Wissenschaft für sie vorgesehen haben, nämlich als freiberufliche Pädagogen. Die Gruppe der freiberuflichen Erwachsenenbildner hat weder eine Geschichte, die sie mit der altehrwürdigen Vergangenheit des kulturellen Lebens erdet, die ihre Stärke und ihr Selbstvertrauen vermittelt. Noch verfügt sie über Protagonisten, die über das angestammte Feld hinaus bekannt sind, die eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen könnten. Sowohl für den Nachwuchs als auch für die aktuellen Berufsrolleninhaber dient das Berufsfeld der Erwachsenenbildner als ökonomische und kulturelle Basis eher, ich wiederhole mich nochmal, als berufliche Sekundär-Sekundär-Identität. An dieser Stelle gilt es genau zu differenzieren. Die diesem Vortrag vorangestellte Wendung, die stumme und verkannte Misere der Kursleiterinnen, die ein wenig euphemistisch klingt, weil sie die Not, die nackte Not der Menschen vielleicht auch nicht angemessen würdigt, bezieht sich nicht auf das lehrende Personal in seiner Gesamtheit. Es sind nicht alle damit gemeint, sondern vor allem auf jenen Teil, die ihren materiellen Lebensunterhalt mit ihrer Arbeit bei den circa 18.000 Bildungsanbietern in Deutschland verdienen müssen und die in der öffentlich verantworteten Weiterbildung üblichen geringen Studensätzen umgehen müssen. Weniger im Fokus hatte ich den klassischen Nebenberufler, also den verbeamteten Englischlehrer, der in seiner Freizeit Volkshochschulkurse anbietet, die Ärztin, die bei einer Institution der Gesundheitsbildung über Krebserkrankungen aufklärt, oder den Weltreisenden, der im Kolping Bildungswerk Vorträge über ferne Länder hält. Ebenso wenig geht es um Personen, die sich nur zeitweise als Freiberufler betätigen, wie etwa die Studentin, die sich während ihres Studiums in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit engagiert. Hierzu passt die Aussage eines Kursleiters einer großen Volkshochschule. Ich werde das in der Volkshochschule sowieso nur ganz kurz machen. Nach meinem zweiten Staatsexamen werde ich eh verbeamteter Gymnasiallehrer. Zitat Ende. Aber es werden, so möchte ich diese Aussage vervollständigen, eben nicht alle Kursleiterinnen, Lehrerinnen und viele sind eben nicht auf dem Weg zu einer festen Stelle. Diesen gleichsam zurückgelassenen Personenkreis adressiert mein Vortrag. Eben diesen Dozentenkreis, der zum Teil ein emphatisches Freiheitsgefühl ausbildet, aber extrem schlecht bezahlt wird, meine ich, wenn ich von der stummen und verkannten Misere oder Not der Kursleiterinnen spreche. Die Signale aus der Praxis wissenschaftlicher Erhebungen, etwa aus dem Umkreis von Rolf Dobischat und gewerkschaftliche Expertisen vermitteln hier ein eindeutiges Bild. Ein beträchtlicher Teil des freiberuflichen Personals mit dem Schwerpunkt der Lehre muss unter hochgradig unsicheren, teilweise unter unwürdigen Bedingungen arbeiten. Wenn ich von der stummen und verkannten Misere der Kursleiterinnen spreche, so meine ich die promovierte Kunsthistorikerin, die ihren Lebensunterhalt neben Museumsführungen vor allem mit Kursen bei diversen Bildungsanbietern bestreitet. Ich habe Diplompädagogen im Blick, die in der öffentlich verantworteten Weiterbildung Kurse zum Thema Soft Skills für wenig Geld anbieten, während Akademiker mit einem betriebswirtschaftlichen Abschluss für ganz ähnliche Kurse in der Privatwirtschaft das doppelte Salär verlangen können. Die hier im Mittelpunkt stehenden Kursleiter stellen gleichsam einen lebendigen Beweis dafür dar, dass das aus den 60er und 70er Jahren stammende Versprechen, Bildung, Bildung zahle sich auch materiell aus, Bildung zahle sich auch materiell aus, heute eine Illusion ja eine Lüge sein kann. Handelt es sich doch hier teilweise um mehrfach qualifizierte Fachkräfte mit einer extrem hohen Expertise. Das perfide daran ist, dass von Ihnen als freiberufliche Pädagogen institutionell und kulturell immer noch erwartet wird, dass Sie diesen Traum, Bildung zahlt sich auch monetär aus, in Ihrer Praxis authentisch verkörpern müssen oder verkörpern, obwohl Ihre eigene Biografie längst der Beweis des Gegenteils darstellt. Welche Schlussfolgerungen erwachsen aus dem Gesagten? Aus berufspolitischer Sicht erscheint es vermutlich Unglück, angesichts der Vielfalt einer Varianten von Freiberuflichkeit eine Art individualisierte Strategie der Professionalisierung und der beruflichen Fortbildung anzustreben. Das würde die Programme der Institution überfordern. Angesichts der Vielfalt der Tätigkeitsformen und Beschäftigungsmotive wäre es ebenfalls nicht zielführend, mit ein und derselben Strategie der Verberuflichung ans Werk zu gehen, also alle über einen Kamm zu scheren. Die Lösung wäre wohl ein mittlerer Weg, der zwischen einem hochgradig standardisierten Programm einerseits und individualisierten Wahloptionen andererseits einen Kompromiss ermöglicht. Die größte Sünde bestünde wohl darin, die soziale Welt der Freiberufler unter einem Generalverdacht zu stellen und überall Kompetenzdefizite zu vermuten. Für manche Institutionen der Erwachsenenbildung ist die Sache klar. Die unterstellten und ermittelten Kompetenzdefizite müssen eigentlich nur noch gemessen, also objektiviert werden und dann durch Fort- und Weiterbildungsprogramme der Kompetenzoptimierung erstellt werden, die schließlich zum Abbau der Kompetenzdefizite genutzt werden sollten. Ein solches Vorgehen, solche Denkweisen der Kompetenzmystifizierung und Monopolisierung eines nur partiell sinnvollen Ansatzes setzen voraus, dass das Personal in der Weiterbildung strukturell ähnliche Behandlungen verdient wie Kindergartenkinder und Grundschulkinder. Sie werden in einer ähnlichen Weise vermessen. Eine solche Strategie verbietet sich schon allein deswegen, weil keine objektiven Indikatoren über einen gravierenden Qualitätsmangel vorliegen. Laufen in den Einrichtungen etwa permanent Beschwerden über schlechte Dozenten oder Kursleiterinnen ein? Gibt es nennenswerte Dropout-Quoten, die aufgrund schlechter Vermittlungsleistungen in den Kursen zustande kommen? Mir sind solche Informationen nicht bekannt. Statt einem solch technokratischen Vorgehen wäre es angemessener, auf der Basis einer präzisen Ist-Analyse eine Alternative zu den letztlich aus den 1970er Jahren stammenden Strategien der Professionalisierung von oben zu suchen. Aber wie könnte eine Verberuflichung auf Augenhöhe aussehen? Die verteilungstheoretische Bildungsforschung ist kaum in der Lage, die hier nur angedeuteten, komplexen, ambivalenten und widersprüchlichen Szenarien präzise abzubilden. Sie ist auf Ja-Nein-Aussagen abonniert. Die entscheidenden Indikatoren sind eben nicht konventionell Daten-, sondern erfahrungsbasiert. In diesem Zusammenhang mutet es befremdlich an, dass sich wissenschaftliche Einrichtungen ertreisten, das Erleben von Kursleiterinnen über soziodemografische Raster statistisch abbilden zu wollen, so als hätte es den Wegbereiter der geisteswissenschaftlichen Pädagogik Wilhelm Dilltey nicht gegeben. Dieser hat nachweisen können, dass das Erleben, die Erfahrung auf eine Gestalt und auf Zusammenhänge gerichtet ist und dessen, deren Rekonstruktion, die Trias erleben, Ausdruck verstehen, beinhaltet. Statt mit dem nomothetischen Paradigma etwas erklären zu wollen, um dann berufspolitisch in eine bestimmte Richtung steuernd einzugreifen, müsste es mit dem hermeneutischen Paradigma zunächst einmal darum gehen, die komplexe und vielschichtige Situation und die Menschen, die in dieser Situation handeln, zu verstehen. Das ist bislang aber noch nicht geschehen. Die grundlagentheoretische Ausrichtung der Forschung hat faktisch eine sehr große Signalwirkung gegenüber jenen, die beforscht werden. Sie zeigt dem gegenüber, welches Menschenbild zugrunde gelegt wird. Die technokratisch orientierte empirische Bildungsforschung tritt dem Feld mit Beobachtungskategorien gegenüber, die kaum etwas mit den Selbstdeutungen der untersuchten Personen zu tun haben. Die Forscher neigen dann, von der Existenz einer sozialen Einheit auszugehen, die sich selbst gar nicht als solche definiert. Wie sähe die Alternative aus? Wichtig wäre zunächst einmal, über Forschung die Sichtbarkeit von frei- und nebenberuflicher Arbeit in der Erwachsenenbildung zu erhöhen. Den Praktikerinnen mit dem nötigen Respekt entgegenzutreten. Ich weiß allzu gut, dass man dabei einerseits allzu leicht parteiisch, ja sogar verbrüdernd oder andererseits vielleicht auch viel zu distanziert und kühl auftreten kann. Einen gesunden Mittelweg zu finden, ist ausgesprochen schwierig. Welche Chancen und Grenzen in der Berufsentwicklung des lehrenden Personals liegen, wird maßgeblich davon abhängen, wie man seitens der Träger der Einrichtungen und seitens der Wissenschaft dem Feld der freiberuflichen pädagogischen Praxis entgegentritt. Ob man es mit subtilen Defizitunterstellungen versieht und unter Zugrundelegung technokratischer Kompetenzmodelle Fortbildungsbedarfe ausfindig macht, um diese dann vielleicht sogar als Einnahmequelle kommerziell zu nutzen oder ob man ein partnerschaftliches Vorgehen wählt, ohne der Praxis erklären zu wollen, was gute pädagogische Arbeit ist. Wie auch immer es weitergehen mag, individuelle Professionalisierung muss sich lohnen. Das bedeutet, dass das Erklemmen eines formal nachweisbaren höheren Qualifikationsniveaus sich auch in Euro und Cent auszahlen muss. Bislang hat es die Forschung verpasst, den Nachweis zu erbringen, dass sich die Organisationen und die Träger der Weiterbildung aus systemisch-struktureller Sicht im Kern parasitär von den lebensweltlichen Ressourcen der freiberuflich tätigen Mitarbeiterinnen ernähren. Diese Aussage meine ich wortwörtlich. Wenn man aufmerksam in den Interviews mit den freiberuflichen Erwachsenenpädagogen hinhört und diese genau auswertet, so stellt man fest, dass sie die geringen finanziellen Entgeltchancen, mit denen sie häufig zu rechnen haben, vor sich selbst und anderen in der Weise legitimieren, dass sie sich mit ihren Teilnehmerinnen verbunden fühlen, dass sie diese nicht alleine lassen wollen oder dass es ihnen vor allem um den Gegenstand der Vermittlung um seiner selbst willen geht. Oder anders ausgedrückt, mit der Vermittlung der englischen Sprache, mit der Weitergabe von Hintergrundinformationen über die italienische Oper, mit der Vermittlung von Praktiken zur eigenständigen Reparatur von Haushaltsgeräten, mit der Durchführung eines Kochkurses über die alte Wiener Küche, verbinden die freiberuflichen Kursleiterinnen nicht selten eine Passion. Trotz aller organisationaler Widrigkeiten können sie sich in und durch die Arbeit mit Menschen, die freiwillig zu ihnen kommen, persönlich verwirklichen. Die moralisch konnotierte Bindung gegenüber den Teilnehmerinnen und das Engagement gegenüber dem Thema bildet eine wichtige lebensweltliche Ressource, Ressource der Arbeit, mit der die Organisationen und Träger zwar vordergründig nicht in Euro und Cent rechnen, mit der sie aber letztlich doch als Ressource kalkulieren. Hier wird in der Sprache von Jürgen Habermas eine lebensweltliche Ressource unter wirtschaftlichen Imperativen für systemische, sprich für ökonomische Zwecke ausgenutzt und eine Kolonialisierung von Berufsbiografien betrieben. Diese Konstellation des parasitären Anzapfens lebensweltlicher Ressourcen in den Berufsbiografien findet sich im Übrigen auch in der Elementarpädagogik, also im Kindergarten oder im Bereich der gesundheitlichen Pflege. Sie wird aber selten offen ausgesprochen. Ja, man hat schon fast den Eindruck, auf ihr lastet ein Tabu. Dieses Tabu gilt es durch Forschung zu durchbrechen. Ich komme jetzt zu meinem Schlusswort. Bei alledem, was bisher gesagt worden ist, wollen wir natürlich die Kirche im Dorf lassen. Die hier erfolgte Darstellung der Fehleinschätzung eines einzelnen Forschers ist als solche sicherlich zu vernachlässigen. Letztlich, und diese Mitteilung ist unmittelbar anschlussfähig an das bisher Gesagte, darf die Bedeutung von Wissenschaft im Prozess der Beruflichung nicht überschätzt werden. Ein vorwiegend akademisch geführter professionstheoretischer Diskurs war über viele Jahre, war über viele Jahrzehnte hinweg eine Art billiger Ersatz für eine Berufspolitik, die schlicht nicht existierte. Die Institutionen, die sich angeblich um die Wahrung der Interessen von freiberuflichen Erwachsenenbildern kümmern, hier sehe ich Verdi, die GEW und den BVPED, könnten in Zukunft viel mehr miteinander kooperieren und landes- und bundesweite Veranstaltungen zum Thema anbieten. Ob sie dabei den Kontakt zur Wissenschaft suchen, hat eher eine symbolische Bedeutung. Die letztlich auf die 1970er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehende Erwartung, dass die Argumente der Wissenschaft a von der Politik gehört und b zur Legitimation von Reformen genutzt werden, wird mit Sicherheit auf keine positive Resonanz stoßen. Da kann die Wissenschaft von der Warte des außenstehenden Beobachters noch so viel etikettieren, attribuieren und kategorisieren. Sie kann noch so viel auszählen und rechnen, wenn die betroffenen Menschen das Heft des Handelns nicht in die Hand nehmen und sich als kollektives Subjekt konstituieren, wird aus der pädagogischen Tätigkeit eines freiberuflich Lehrenden niemals ein ehrenwerter akademischer Beruf. Professionalisierung war und ist immer dann erfolgreich, wenn sie die Gestalt einer sozialen Bewegung annahmen. Aber von einer solchen sozialen Bewegung sind wir noch weit entfernt. Im Gegensatz zu den 1970er Jahren sind wir heute Zeugen, wie die verschiedenen Bildungsbereiche immer mehr miteinander kooperieren, aber auch voneinander abhängig sind, sodass die Formen der Arbeitsteilung nicht nur aus der erziehungswissenschaftlichen Beobachterperspektive, sondern auch aus der beteiligten Perspektive immer klarer hervortreten. Dass sich vor unserem Augen formierende pädagogisch organisiertes System des lebenslangen Lernens verlangt eine abgestimmte Strategie der Verberuflichung. So wie sich auch die einzelnen Ärztegruppen nicht für sich, sondern nur im Konzert mit anderen Ärztegruppen professionalisieren konnten, so werden auch die pädagogischen Berufsgruppen nicht gegeneinander, sondern nur miteinander nachhaltige Verbesserungen im beruflichen Status, in der Reputation und letztlich auch in der Bezahlung erzielen. Hier sind die Parallelen zur Politik unmittelbar greifbar. Niemand käme auf die Idee, im europäischen Kontext nationale Einzellösungen als erfolgsversprechend anzupreisen. Das Gleiche gilt auch mit Blick auf die pädagogischen Berufsgruppen im Allgemeinen und die freiberuflichen Weiterbildnerinnen im Besonderen. Dabei zeichnet sich allerdings eine mächtige Paradoxie ab. Einerseits gebietet die Sachlogik der Entwicklung eines pädagogischen Funktionssystems eine stärkere Bündelung der Kräfte, ein Zusammengehen der einzelnen Berufsgruppen. Andererseits schöpfen viele pädagogische Berufsgruppen ihre partikulare Identität aus der Abgrenzung, aus der Abgrenzung gegenüber den vermeintlich Bessergestellten beziehungsweise in Distanz zu den anderen im Erziehungs- und Bildungswesen beschäftigen. Sofern sich weiterhin die Erwachsenenbildnerinnen von den Lehrern und die Hochschullehrerinnen von den Erzieherinnen in der gewohnten Weise abgrenzen, gilt das alte römische Gesetz, Divide et impera, auf Deutsch Teile und Herrsche. Dass der bittere Befund im Sinne einer Zwischenbilanz lautet, dass die Verberuflichung des freiberuflichen Personals in der Erwachsenenbildung im Sinne des Aufbaus eines ehrenwerten Status im Konzert anderer bürgerlicher Berufe bislang nicht gelungen ist. Aber das sagt nichts darüber aus, dass die Professionalisierungschancen von pädagogischen Berufsgruppen insgesamt, wenn sie im Verbund auftreten und geballt ihre Interessen solidarisch vertreten, wenn sie ihre Egoismen überwinden, null und nichtig wären. Der objektive Professionalisierungsbedarf ist ja durchaus gegeben. Mehr habe ich zum Thema heute nicht zu sagen. Vielen Dank.